Hey Penny, hast du meine braunen Slipper gesehen? Die hab ich weggeschmissen. Und wieso? Weil es braune Slipper waren. Probier mal was Neues, Henry. Interessante Schuhe. Oh, ja, die, äh, meine Frau hat mir die besorgt. Hast du die Kleine, die immer in unseren Mülltonnen wühlt, schon mal gesehen? Aha. Wenn du sie siehst, hilfst du ihr dann? Ja, versprochen. Hey, hast du meine... Henry. Was? Versprich es mir. Ja, ich versprich's. Hey. Scheiße, schon mal gehört, dass man sich nicht einfach an jemanden ranpirscht? Wofür brauchst du das Zeug? Ich baue etwas. Oh ja? Ich bin Architekt. Ich meine, vielleicht kann ich dir helfen. Sind sie einer von diesen Perversen, die auf kleinen Mädchen stehen, hm? Sie denkt, ich bin ein Perverser. Perverser am Schnauzer. Das weiß doch jeder. Lass uns eins klarstellen. Ich tue das, weil ich keine andere Wahl habe. Alles klar. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und machen Sie Ihre Arbeit. Wer ist das? Ich versuch bloß, ihr zu helfen. Du hilfst ihr mit was? Wir bauen ein Floß. Das ist doch Wahnsinn! Nein, ist es nicht! Das sind Pontons. Warten wir jetzt hier, bis die Flut sie herspült? Wir haben nicht den Verstand verloren. Wir sind nur ein kleines bisschen vom Weg abgekommen. Ich lag falsch, was dich angeht. Inwiefern? Du bist kein Perverser. Freut mich sehr, dass wir das jetzt geklärt haben.